Hallo Leute, heute bin ich ja wieder lecker essen und zwar in Leutershausen. Ja, hallo, herzlich willkommen, lieber Rudolf, hier im Gasthof und Pension zum Löwen in Leutershausen. Hier in unserem Familienbetrieb, welcher in der fünften Generation jetzt schon fortgeführt wird, in unserem gutbürgerlichen Lokal, welches regionale Spezialitäten anbietet. Jetzt in der momentanen Zeit bieten wir viele unterschiedliche Wildgerichte an. Unsere Spezialitäten momentan sind die ganzen Gänse, die Sie gerne jetzt auch in dieser Zeit to go bestellen können, aber natürlich auch, wenn die normale Zeit herrscht, auch hier in unserem Restaurant genießen können. Für euch ist es ja richtig gemütlich. Was hast du denn uns für einen Adventskalender ab und gebracht? Ja, lieber Rudolf, wir überreichen euch für euren Volksbank Adventskalender in diesem Jahr vier Gutscheine, 25 Euro, welche ihr gerne bei uns einlösen könnt. Das ist ja jetzt momentan für das to go Geschäft, natürlich aber auch danach dann hier in unserem Lokal. Ja, vielen Dank dafür und schöne Weihnachten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2021 und bleiben Sie bitte alle gesund. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.